Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Ja, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Windows in einer VM auf Proxmox installiert. Hört sich im ersten Augenblick relativ einfach an. Ist es auch, wenn man weiß, wie es geht und worauf man achten muss. Also, falls euch das Thema interessiert und ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's los. Und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren und einen Kommentar da zu lassen für den YouTube-Algorithmus. Also, in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Bevor wir loslegen, brauchen wir natürlich das Windows-Image, das wir verwenden wollen. Ich verwende in diesem Video Windows 10. Und dann brauchen wir auch noch eine ISO, die heißt Virtual.io. Und diese ISO-Datei, die stellt uns verschiedene Treibbar zur Verfügung, die wir später brauchen, um den Windows-Rechner, die Netzwerkkarte, die Soundkarte und so weiter alles aktivieren zu können, damit alles so funktioniert, als wäre die vor einem Windows-Rechner. So, also, zuerst mal holen wir uns die Windows 10 oder das Windows 10 Image. Ich hole mir das Ganze von der Chip-Seite, gehe hier auf manuelles Installieren. Dann, ja, je nachdem, wie es bei euch aussieht, sieht das Ganze so aus. Dann gibt es irgendwann mal einen Link. Diesen Link kopieren wir uns. Nein, wir wollen es nicht runterladen. Wechseln wieder in Proxmox. Gehen hier, bei mir ist es zumindest dieses Local. Und dann sage ich hier ISO-Image von URL herunterladen. Trage hier die eben kopierte URL von Chip runter. Sage URL abfragen. Dann wird mir hier gesagt Windows 10, die Version. Und dann sage ich herunterladen. So, das dauert jetzt natürlich einen kurzen Augenblick. So, wunderbar. Der Download ist abgeschlossen. Dann als nächstes laden wir, wie gesagt, Virtual I.O. hoch. Und zwar machen wir das hier diesmal über diese Hochlade-Funktion. Ist bei mir unter Downloads. Da ist es. So, laden das Ganze hoch. Also, ich bleibe, wie gesagt, beide Möglichkeiten offen. Entweder direkt von der Webseite runterladen und den Link einfügen. Oder ihr ladet es halt manuell hoch. Okay, auch das ist fertig. Somit hätten wir die zwei Dateien, die wir benötigen. Das heißt, wir haben einmal das Windows-Image, das man benötigt. Und einmal Virtual I.O. oder Virtual I.O. So, dann würde ich sagen, erstellen wir jetzt unsere VM. Also gehen hier auf erstelle VM. Sagen oder tragen hier eine ID ein. Einen Namen. Und der Rest kann vorerst mal so bleiben. Sagen vorwärts. Wählen hier unseren Speicherort aus und unser Windows 10 Image. Tragen hier Microsoft Windows ein, da es sich nicht um Linux handelt. Wählen hier unsere Windows-Version aus und sagen nochmal auf Vorwärts. Hier könnt ihr Standardeinstellungen belassen. Das heißt, hier Standardeinstellungen. Oder später ändern wir das nochmal auf Spice bzw. Virtual GL GPU. Aber das machen wir später. Der Maschinentyp kann auch so bleiben. Einige ändern das auf Q35. Bei mir funktioniert das, deswegen belasse ich das so. An dem BIOS ändere ich auch nichts. Und hier bei SCSI-Controller ändere ich auf Virtual I.O. SCSI. Außerdem müsst ihr hier noch diesen QEMU oder wie auch immer das ausgesprochen wird, diesen Agent hier aktivieren und sagen dann hier weiter. Als nächstes tragen wir hier SCSI ein, wählen hier unseren Speicherort aus und ich vergrößere das Ganze mal auf 36 GB, denn mit 32 GB ist das Ganze sehr knapp. Und das Problem ist, ihr könnt dann nachträglich die C-Partition in der VM nicht mehr vergrößern. Deswegen tragt hier genug Kapazität ein, damit ihr später keine Probleme bekommt. Aber zum Testen passen 36 GB. So, hier bei Catch müssen wir abändern auf Write Back. Das steigert ein bisschen die Performance des Ganzen. Und dann müsst ihr euch noch überlegen, ob ihr von eurer VM ein Backup machen wollt oder nicht. Falls ihr Backups machen wollt, dann müsst ihr das hier anhaken. Ansonsten könnt ihr keine Backups machen und müsstet das im Nachhinein abändern. Und zu guter Letzt solltet ihr dieses Disk-Chart auswählen. Vor allem, wenn ihr eine SSD verwendet, solltet ihr das hier auswählen. So, ansonsten, wie gesagt, der Rest kann so bleiben, wie es hier ist. Gehen zur CPU, sagen, wie viele Kerne dem Ganzen zur Verfügung stehen soll. Und der Rest kann so bleiben. Sagen wieder vorwärts. Tragen hier die Größe des RAM-Speichers, der der VM zur Verfügung stehen soll, ein. Ich glaube, das sind 6196. Das sind 16 GB, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich habe gerade mal nachgeguckt. 16384. Und trage hier bei Minimum-Speicher 4096 ein. Also wichtig hierbei zu wissen ist, dass dieses Ballooning aktiviert sein soll. Das macht folgendes. Wenn ihr eine VM startet und hier beide Werte gleich macht, also 16 GB, dann speichert sich oder reserviert sich die VM genau 16 GB. Ob es die braucht oder nicht, spielt keine Rolle. Die werden immer permanent von ihm blockiert. Und mit diesem Ballooning ist es so, dass die VM sich zwischen 4 GB und 16 GB nehmen kann. Je nachdem, wie viel es gerade braucht. Und den nicht benötigten Speicher steht dann Proxmox ganz normal zur Verfügung. Deswegen ist es wichtig, bei einer VM dieses Ballooning zu aktivieren. Und hier ein Minimum und Maximum einzutragen, damit der VM immer genug, aber nicht zu viel zur Verfügung steht. So, sagen hier weiter. Dann gehen wir zu Netzwerk. Hier ändern wir um auf Virtual I.O. Und der Rest kann im Endeffekt so bleiben. Außer ihr wollt natürlich irgendetwas Spezielles, aber normalerweise braucht man es nicht. Und ganz wichtig, nach dem Erstellen starten, den Haken lasst ihr zuerst mal weg. So, und sagen dann Abschließen. So, unsere VM wurde erstellt. Jetzt geht ihr auf den Reiter Hardware, sagt einmal Hinzufügen, CD-Laufwerk hinzufügen. Dann wählen wir hier Storage und wählen hier dieses Virtual I.O. aus. Da befinden sich die Treiber, die wir später benötigen. Ansonsten kann das so bleiben. Wir sagen Start und wechseln in die Konsole und dann sollte Windows starten. So, in den letzten Tests, beziehungsweise wo ich das Ganze installiert habe in den vergangenen Tagen und ein bisschen drum gespielt habe, hat das Ganze, bis hier irgendetwas aufgetaucht ist, hat das gute vier oder fünf Minuten gedauert und wird jetzt wahrscheinlich auch wieder so lange dauern, bis hier sich irgendetwas tut. Also, falls es bei euch auch so sein sollte, dass hier einfach nur dieser kleine weiße Balken hier blinkt, dann seid nicht ungeduldig. Wie gesagt, bei mir hat sich, ich habe mal die Zeit gestoppt, ganze fünf Minuten gedauert. Deswegen warte ich jetzt fünf Minuten, bis hier sich irgendetwas tut. Ich weiß nicht, ob es an meiner CPU liegt, an der Grafikkarte oder an was auch immer. Auf jeden Fall dauert es bei mir relativ lange. Während ich hier warte, dass irgendetwas passiert, nochmal ein kurzer Hinweis. Also, auf meinem CPU, also was habe ich, 9700 oder 7700, also i7, 7700 oder 9700. Ich habe keine Grafikkarte bei mir verbaut. Das bedeutet, ich kann hier nicht irgendwie testen, ob man damit zocken könnte oder nicht. Mit meiner CPU-Grafikkombination ist es so, dass ich zum Beispiel YouTube-Videos nicht flüssig abspielen kann. Dazu ist das Ganze ja nicht performant genug. Also, ich weiß nicht, ob es an der Grafikkarte liegt oder an der CPU oder was auch immer. Bei mir funktioniert das Ganze nicht. Kann sein, dass wenn ihr eine externe Grafikkarte in eurem oder eine interne Grafikkarte in eurem Proxmox-Server habt, dass das Ganze funktioniert, aber bei mir funktioniert es mit der CPU-Grafikkarte nicht. So, wunderbar. Jetzt startet das Ganze auch jetzt wieder. Hat es knapp 4-5 Minuten gedauert, wenn ich hier auf die Zeit gucke, die vergangen ist, bis hier das Windows-Zeichen aufgetaucht ist. Okay, dann legen wir mit der Installation los. Hier gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man beachten muss, aber nichts Großartiges. Also, einfach zuerst mal alles auf Weiter klicken und jetzt installieren. Sage hier Benutzer definiert. Und jetzt ist es so, dass euch hier keine Festplatte angezeigt wird. Das liegt daran, dass der Treiber für die Festplatte fehlt. Deswegen geht ihr hier zuerst mal auf Treiber laden. Bestätigt das Ganze. Und dann wählt ihr hier euren Treiber aus. Da wir Windows 10 haben, wählen wir hier Windows 10 Inf aus. So, jetzt wurde unser Treiber installiert. Jetzt können wir die Festplatte formatieren bzw. neu anlegen, klicken auf Neu, auf Übernehmen und dann auf OK. Und dann können wir diese Festplatte verwenden, um Windows zu installieren. Und der Rest sollte eigentlich bekannt sein. Das überspringen wir jetzt. Das müssen wir nicht miteinander durchgehen. Das sind die Standard-Windows-Abfragen, die danach kommen. Also der Standard-Installationsprozess. Das heißt, wichtig ist einfach nur, dass ihr hier den Treiber Virtual I.O. für euer Betriebssystem und eure Festplatte aktiviert. Okay, dann sehen wir uns gleich. Für mich vergehen jetzt. Ich glaube, eine knappe halbe Stunde dauert das Ganze. Und dann melde ich mich wieder. Also bis dann. So, wunderbar. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist der Installationsprozess abgeschlossen. Und das Ganze sieht so aus. So, als erstes müssen wir natürlich ein paar Treiber installieren, damit das Ganze funktioniert. Denn wir haben hier zum Beispiel kein Audio-Gerät. Und wenn wir in den Geräte-Manager gehen, dann könnt ihr feststellen, dass hier ein paar Treiber fehlen. Das Ganze können wir zuerst mal installieren. Oder das Ganze müssen wir zuerst mal installieren. Und zwar haben wir noch unsere CD Virtual I.O. gemountet. Und auf dieser befindet sich eine Datei, womit wir die Treiber installieren können. Das heißt, ihr geht hier Virtual I.O. win und dann eure 64-Bit-Version oder eure 32-Bit-Version und installiert dieses Tool hier. Im Endeffekt ist es einfach nur auf Weiter klicken. Und hier steht dann, was alles installiert wird. Denn wir brauchen den Netzwerktreiber und noch einen PCI-Treiber, glaube ich, war da noch dabei. Und der Audio-Treiber und ähnliches. Und klicken halt, wie gesagt, einfach hier auf Weiter. Und der soll das Ganze installieren. Hier im Hintergrund sieht man auch, dass schon ein paar installiert wurden. Mit diesem Netzwerkadapter, da hatte ich ein paar Probleme. Oder habe ich immer noch ein paar Probleme. Und zwar wird er installiert, aber der bleibt mit einem Fehler vorhanden. Wie man das löst, zeige ich euch auch nochmal gleich. Es gibt hier nämlich zwei Möglichkeiten, wie ihr die Treiber installiert. Also entweder ihr geht auf jedes einzelne Gerät und installiert jeden einzelnen Treiber für dieses Gerät. Auch in dem, ja auch mit der Vorgehensweise hatte ich hier immer eine Fehlermeldung. Aber das Ganze ist, wie gesagt, nicht wirklich problematisch. Das Ganze dauert jetzt Ewigkeiten. Ich vermute mal, das hängt an diesem Virtual-Io-Ethernet-Adapter. Denn selbst wenn man den per Hand installiert, dauert es zwei bis drei Minuten. Und dann gibt es eine Fehlermeldung, dass das Ganze nicht funktioniert hat. Und wenn man ihn dann ein zweites Mal installiert, funktioniert es innerhalb von ein paar Sekunden. Und alles ist gut. So, der Installer kommt in meinem Fall hier nicht weiter. Wie gesagt, ich kenne das, wenn man das Ganze normal installiert. Deswegen sage ich hier mal abbrechen und mache das per Hand, so wie es auch möglich ist. So, wir lassen hier nochmal die Treiber aktualisieren. Oder hat er jetzt gerade selber gemacht. Mal gucken. Hier, also den hier deinstalliere ich jetzt, weil so funktioniert es. Mach den Haken hier rein, dass die Treiber-Software deinstalliert werden soll. Und wenn man ihn jetzt ein zweites Mal installiert, also hier wieder auf nach geänderter Hardware suchen, taucht er ja hier wieder auf. Und wenn man ihn dann installiert, dann funktioniert es komischerweise ohne Probleme. Also wir wählen hier das Image aus, also Virtual-Io. Suchen hier NetKVM. Dann unsere Windows-Version, also in meinem Fall Windows 10, AMD 64-Bit. Bestätigen das Ganze, Sagen weiter und dann installiert er das Ganze ohne Probleme. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich irgendwas bei mir. Das hier bestätige ich mal. Irgendwas mit meinem System. Aber ansonsten sollte das ohne Probleme funktionieren. Okay, dann müssen wir noch eine einzige Sache installieren. Und zwar, wenn ihr hier jetzt auf Übersicht geht, wird euch hier nichts angezeigt. Also die IP-Adresse und hier steht auch Gast-Agent läuft nicht. Und damit das Ganze funktioniert und euch angezeigt wird, wie viel RAM oder damit die Werte alle passen, die dort angezeigt werden, müssen wir hier noch Virtual-Io-Win-Guest-Tool installieren. Auch hier wieder eine einfache Excel-Datei, die man ausführen muss. Wunderbar. Und jetzt starten wir das Ganze einmal neu. Also diesen Gastagenten benötigt man, um zum Beispiel auch hier dieses Herunterfahren über diesen Button, das System herunterfahren zu können. Denn ansonsten funktioniert das Ganze nicht, da die nicht miteinander kommunizieren. Und genau das Gleiche ist hier mit der IP-Adresse und mehr. Also hier ohne diesen Gastagenten wird euch das Ganze hier nicht angezeigt. Genauso wie der tatsächliche RAM-Bedarf und so weiter und so fort. Okay, also fahren wir das Ganze einmal runter. Und dann möchte ich euch noch eine einzige Sache zeigen. Und dann werden wir im Endeffekt schon fast fertig. So, das System ist runtergefahren. Wir wechseln nochmal auf Hardware, gehen auf Hinzufügen und sagen Audio-Gerät hinzufügen. Hier könnt ihr das Ganze so lassen und genauso hier der Backend-Treiber. Falls es hiermit Probleme geben sollte, könnt ihr auch natürlich die anderen testen. Aber bei mir funktioniert das mit dem hier. So, also den Audio-Treiber haben wir jetzt auch. Jetzt starten wir die VM nochmal. So, System wurde nochmal gestartet und jetzt funktioniert mehr oder weniger alles. Was jetzt natürlich nicht funktioniert ist, über NoVNC wird zum Beispiel kein Ton abgespielt. Damit Ton abgespielt werden kann, müsst ihr hier unter Hardware, unter Anzeige, müsst ihr Spice aktivieren. Also das hier, Spice. Und hier könnt ihr das Ganze auf 32 MB stellen. Und das reicht normalerweise für eine 4K-Darstellung. So, bestätigen das Ganze mit OK. Und beim nächsten Hochfahren wird das Ganze aktiviert. Was man auch noch machen kann ist, falls man zum Beispiel hier nicht Spice verwenden will, sondern virtuell GL GPU. Das ist ein bisschen performanter. Muss man aber, wie gesagt, ein bisschen testen. Dann geht man hier auf der linken Seite auf Proxmox, geht in die Shell rein, tippt man folgenden Befehl hier ein. Dann wird das Ganze installiert und dann kann man dieses, ja, virtuell GL verwenden, was ein bisschen performanter sein soll. Müsst ihr testen, ist alles ein bisschen Spielerei und gucken, was bei euch am besten funktioniert. So, wenn wir hier Spice aktiviert haben, müssen wir natürlich jetzt das Ganze nochmal neu starten. Aber für euch vergehen nur ein paar Sekunden. Also nochmal runterfahren das Ganze. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Um Spice verwenden zu können, braucht ihr auch noch ein Tool für Windows. Und zwar könnt ihr das Ganze hier runterladen. Alternativ zu Spice könnt ihr natürlich auch sowas wie Teamviewer verwenden oder was es da alles in der Art gibt. Und könnt euch so draufschalten. Funktioniert natürlich auch. So, ich installiere mal schnell die Software. Die befindet sich hier, Win64, MSI. So, das Ganze wird installiert. Und dann gehen wir wieder in Proxmox, starten die VM und können dann wechseln oder rüber wechseln, indem wir hier auf Konsole gehen und wählen hier Spice aus. Dann wird hier eine Datei runtergeladen, hier unten im linken Eck. Klicken einfach da drauf und dann sollte hier automatisch eine Remote Desktop Verbindung stattfinden. Wie gesagt, der Vorteil von Spice ist halt, dass der Ton mit übertragen wird. Und testen wir das Ganze mal mit YouTube. So, ich weiß nicht, ob man das hört. Der Ton kommt. Video wird auch einigermaßen flüssig abgespielt. Wundert mich gerade ein bisschen. Aber vielleicht hört ihr das, der Ton wird ein bisschen seltsam abgespielt. Ihr könnt aber, wie gesagt, hier auch TeamView oder Ähnliches verwenden. Damit sollte es auch gehen. Aber ihr seht, es funktioniert und ist relativ flüssig. Auflösung ist, glaube ich, nicht so hoch eingestellt jetzt. So, 360, das ist relativ wenig. Also der Ton ist ein bisschen verzerrt, aber ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen Einstellungssache. Und hängt, wie gesagt, auch ein bisschen von der Performance eures Rechners ab, wenn wir uns das Ganze hier mal angucken. CPU liegt irgendwo bei 80% während des Abspielens. Und die RAM-Auslastung ist auch fast voll. Also, der verwendet die von 16 GB. Wenn wir uns jetzt hier das Ganze angucken, dann sehen wir hier CPU 40% und die RAM-Auslastung liegt irgendwo bei 4 GB. So, das soll es von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt, wie ich, einen Anwendungsfall, wo ihr das Ganze verwenden könnt. Ich habe ihn auf jeden Fall. Deswegen hatte ich mich mit dem Thema beschäftigt. Und ich hoffe, ihr habt auch einen und könnt das irgendwo mal einsetzen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. Und nicht vergessen, einen Kommentar dazulassen für den YouTube-Algorithmus, denn der mag mich irgendwie nicht so. In diesem Sinne, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.